In manchen Sportarten hat man es wirklich ganz schön schwer, zum Beispiel im Gewichtheben. Das Training ist hart und intensiv, dazu voller Entbehrungen und wenn man dann endlich erfolgreich ist, dann ist man weder reich, noch hat man einen wirklich hohen Bekanntheitsgrad, zumindest in Österreich. Familie Fischer aus Rohrendorf in Niederösterreich ist das alles aber ganz egal. In dieser Familie ist Gewichtheben das ganz große Thema. Die Tochter Sarah, die grönte sich als jüngste und als erste Österreicherin zur U17-Weltmeisterin und ihr zwei Jahre älterer Bruder David, der gewann EM-Bronze. Bei Familie Fischer lebt und liebt man diesen Sport. Gewichtheben als Familienprojekt. Ewald, Sarah, David, Renate. Das ist Familie Fischer und sie lieben Gewichtheben. Also der David ist eigentlich das komplette Gegenteil von mir. Ich bin zwar ehrgeizig, aber er verdreifacht es einfach. Sarah, die ist eher wie der Papa mit dem Kopf durch die Wand und ist sehr hartnäckig und sehr sielstrebig. Ein Trainingsraum in Krems an der Donau. Hier verbringen Sarah und David mehr Zeit als zu Hause. Vor einem wichtigen Wettkampf wird dreimal täglich trainiert. Reißen, stoßen und Knie beugen. 10 bis 15 Tonnen werden pro Einheit bewegt. Dass Männer schwere Gewichte heben ist nichts Außergewöhnliches. Wenn eine junge Frau zu Handel greift, kann es auch im 21. Jahrhundert noch verwunderte Blicke geben. Am Anfang war es schon schwierig, weil halt die Leute haben schon ein bisschen dumm geschaut. So, was macht die da? Warum macht sie das? Kann sie nicht, keine Ahnung, Ballett tanzen oder irgendwas gehen. Aber mittlerweile ist es mir so egal, weil die Erfolge sprechen ja für mich. Die 10-fache Staatsmeisterin und ihr Bruder werden vom Vater Ewald trainiert. Schau, dass du länger auf der Ferse bleibst beim Wegheben. In der Zugfahrze erst auf Zähkenspitzen genommen und ausschlagen. Du bist zu hoch auf der Zähkenspitzen. Körperspannung, Federung ausnutzen. Hüfte vor. Ja, gut. Zehner offen. Gehme, komm. Was der Trainer sagt, wird gemacht. Der 47-jährige hauptberufliche Lokführer musste aber erst lernen, mit dieser Situation richtig umzugehen. Es ist für mich am Anfang sehr schwierig gewesen, weil ich das nicht gekannt habe. Und das liegt ein Fehler rein bei mir. Ich habe die Schule schon in die Halle mitgenommen. Ich habe das vom Training mit nach Hause mitgenommen. Und mittlerweile, so die letzten zwei Jahre hat sich das gebessert. Was in der Halle ist, da bin ich der Trainer. Da fallen auch oft Wörter, was sie zum Papa nicht sagen würden, alle zwei. Und daheim bin ich eben der Papa. Im Hause Fischer weiß man sofort, worum sich alles dreht. Wo man auch hinsieht, Gewichtheben ist allgegenwärtig. Renate Fischer unterstützt ihre Familie, wo sie kann. Unter anderem ist die gelernte Köchin für die Verpflegung zuständig. Ihre Kinder müssen je nach Trainingsphase zwischen 4.000 und 6.000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Ein Schnitzel hat ca. 210 Kalorien. Alles ist geplant, nichts wird dem Zufall überlassen. Gewichtheben bestimmt das Leben. Ja, da muss man verrückt sein nach Gewichtheben, weil sonst würde es nicht funktionieren. Ich selber mache wenig Sportige nur, zweimal in der Woche, Wochen. Dem Erfolg der Kinder wird alles untergeordnet. Das bedeutet auch, dass 50 Prozent der Kosten aus eigener Tasche finanziert werden müssen. Geldmäßig muss ich sagen, geht sehr viel Geld drauf, weil mit den Sponsoren kommen wir nicht aus. Der Verband hat auch nicht unendlich Geld, also bleibt da schon ein Haufen Potzen, Baum am Papa hängen. Urlaube sind das, wenn wir in Thailand sind oder in Durace sind, dass man sagt, okay, jetzt geht man eine Stunde spazieren, schaut sich was an. Das sind eigentlich unsere Urlaube. Wir haben vier große Wettkämpfe im Jahr. Jeden Tag, jeden Wettkampf, zehn Tage Urlaub, also vierze Tage mehr habe ich auch nicht. Also bleibt nichts übrig für Urlaub, für andere Sehenswürdigkeiten oder Reisen. Wettkampfreisen statt Urlaube. Wenn es sich zeitlich ausgeht, ist die ganze Familie mit dabei. Wie bei den Herren Staatsmeisterschaften in Feldkirchen bei Graz. David gewinnt den Titel in der Klasse bis 94 Kilogramm. Erfolge kann das Geschwisterpaar mittlerweile auch auf internationaler Ebene vorweisen. Sarah holt sich 2017 als erste Österreicherin einen U17-WM-Titel. Ihr Bruder gewinnt im selben Jahr EM-Prose bei den unter 19-Jährigen. Für jede Medaille, wo sie oben stehen und die österreichische Fahne halten, ist das für mich wie ein Lotto-Sechser, sage ich mal so. Es sind verschiedene Puzzleteile, die ein großes Ganzes ergeben. Sarah und David wissen genau, was sie wollen. Die Olympischen Spiele 2020 und 2024 und dort, um eine Medaille mitzukämpfen. Also ja, Traum ist halt Olympische Medaille. Der Traum von der Olympischen Medaille könnte sich rasch in nichts auflösen. Aufgrund zahlreicher Dopingvergehen sind bei der WM 2017 neun Nationen gesperrt. Das IOC droht mit einem Olympia-Ausschluss, sollte der Gewichtheberverband das Problem nicht in den Griff bekommen. Wenn alle Vereine oder alle Verbände so getestet werden wie wir österreichischen Sportler, wäre die Chancengleichheit noch viel besser. Weil ich sage, so circa zwischen vier bis fünf Wochen leitet es jedes Mal in der Früh. Das ist auch eine Dopingkontrolle, ich habe kein Problem damit, gehört das so. Aber es gehört auch die anderen Nationen so kontrolliert. Chancengleichheit für alle, damit sich das harte Training bezahlt macht. Sarah und David lassen sich von ihrem Weg nicht abbringen. Das System Fischer funktioniert, auch wenn in der Vergangenheit nicht allzu viele damit gerechnet haben. Vor zehn Jahren haben sie alle gelacht über die Familie Fischer. Der Fischer ist ein Trottel, der holt jetzt einen bulgarischen Trainer. Und das bringt ja sowieso nichts, weil der Trainer bringt es um. Man sieht auch, der hat die Kinder nicht umgebracht. Zara ist seit 7. April 2013 die stärkste Frau Österreichs. Der David ist der zweitstärkste Österreicher. Die Fischers, eine wirklich starke Familie.